Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Let's Play Elysium. Und ich habe jetzt ein paar Probleme letztes Mal mit der DOS-Box gehabt. Ich werde das jetzt nochmal versuchen. Davon habt ihr nichts mitgekriegt, aber ich habe das Video ziemlich stark bearbeiten müssen, weil der Sound nicht funktioniert hat. Und ich habe das Spiel nochmal neu starten müssen. Denn es ist also folgendermaßen, DOS-Box hat einen internen Capturing-Mode und der verzieht irgendwie bei dem Sound manchmal. Das heißt, dann sind meine Audiokommentare nicht so schön. Ich finde das irgendwie ziemlich blöd. Und dann kann ich die Audiokommentare nachher alle nochmal zurechtschneiden und hin und her schieben und so weiter. Es ist ein Haufen Arbeit. Und das dauert dann im Endeffekt bestimmt länger, als das Video überhaupt selber aufzunehmen. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Also versuche ich jetzt nochmal das Ganze mit Fraps zu captchern. Und das ist jetzt der zweite Versuch. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich werde vielleicht dann noch ein kleines Tutorial dazu machen, wie man DOS-Box-Spiele mit Fraps captchert. Nur für den Fall, dass das noch nicht alle wissen. Ja, den Marius, unseren Militärberater, den habe ich euch ja das letzte Mal erklärt. Ich muss aber nochmal 1000 Legionärsoldaten nachrüsten. Ne, 3000 waren es, genau. Die habe ich das letzte Mal nicht mehr geschafft. So, gehen wir auf unseren Verwaltungsbeamten. Julius heißt er, glaube ich. Also, hier gibt es... Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und dieser dämliche Pollenflug momentan macht mir zu schaffen. Also, wir haben die Optionen Bericht, Strafahndung, Stadtverwaltung und Index. Den Index können wir noch nicht aufrufen. Das geht erst nach dem ersten Spielzug. Der kostet immer ein bisschen Geld, so 4 bis 5. Der ist aber relativ hilfreich, weil man da noch ein paar Informationen bekommt, die man hier aus dem schlauen Buch eben nicht erfährt. Ich gehe jetzt aber erstmal auf den Bericht. Und dann sehen wir den Justizbericht. Ich lese das mal ganz kurz vor. Also, dieses Jahr gab es 299 aufgedeckte Verbrechen. Ihr verfügt über 62 Sklaven. 11 Gefangene erdulden aufgrund ihrer Verbrechen... Äh, 11 Gefangene wurden hingerichtet. In den Kerkern erdulden 128 Gefangene ihre Strafe. Die Bezahlung eures Justizapparates, eurer Steuereintreiber und Beamten beträgt 271 Goldstücke. Also, so viel kostet uns das momentan, einen halbwegs funktionsfähigen Justizapparat aufrecht zu erhalten. Die Justizannahmen betrugen 196 Goldstücke. Das ist eine ganze Menge eigentlich. Also, wir sehen, der Justizapparat finanziert sich fast selbst. Es ist allerdings illusorisch, einen Justizapparat zu schaffen, der sich irgendwie selbst finanziert. Das ist nicht möglich ohne größere soziale Probleme, sag ich mal. Ja, wir kommen noch dann zu dem Punkt, in den Justizberichten sind keine besonderen Verbrechen bemerkt. Und, ähm, da könnt ihr euch schon vorstellen, es gibt besondere Verbrechen und die werden, äh, je nachdem, wie man sein Land führt, werden die auftauchen. Ich klicke jetzt nochmal und, äh, gehe da nochmal raus und werde jetzt den nächsten Punkt machen. Ich werde nämlich die Strafmaße festsetzen. Ähm, diese Strafmaße, äh, dienen unter anderem dazu, den Justizapparat zu finanzieren. Ich klicke mal hier, so. So, und dann sehen wir mal hier so zwei, zwei Hungerhorken, ja, äh, die da auf so ein bisschen Stroh im Kerker sitzen. Äh, die haben keine Funktion, die gucken einfach nur traurig und sollen so einen Eindruck vermitteln, wie das wohl in so einem antiken Knast ausgesehen hat. Die Tür ist ein bisschen schön dafür und, äh, es fehlen noch die Fäkalienlachen auf dem Boden oder vielleicht dient dieser Krug dazu, ich weiß es nicht. So, wir gucken mal. Also, wir haben vier Strafmaße, Geldstrafe, Kerkerstrafe, Versklavung und Hinrichtung. Ähm, alle Strafmaße bieten ein gewisses Maß an Abschreckung. Das heißt, äh, das ist gestaffelt. Die meiste Abschreckung bietet die Todesstrafe, dann kommt die Versklavung, dann kommt die Kerkerstrafe, dann kommt die Geldstrafe. Die Geldstrafe bringt außerdem noch Kohle, weil sich die Leute dann aus dem Knast freikaufen können. Moment, ich muss mir gerade das Mikro nochmal neu justieren. So, jetzt ist es besser. Okay. Also, ähm, man kann, man kann die Leute natürlich alle hinrichten lassen, dann wird man allerdings sehr schnell soziale Probleme bekommen, äh, weil das natürlich ein total unangemessenes Strafmaß ist, ja. Also, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, keine Ahnung, wer, äh, wer dann hier in unserer Provinz einen Apfel auf den Markt klaut, der wird dann direkt hingerichtet. Das ist zu heavy. So, jemand sollte die Möglichkeit haben, sich für ein bisschen Geld freikaufen zu können. Geldstrafen waren übrigens in der Antike ganz üblich, hat man sehr oft benutzt, um die Staatskasse aufzubessern. Das ist ja auch heute nicht so viel anders. Wenn man irgendwelche korrupten Banker irgendwie verknackt, dann müssen die meistens, äh, eine Geldstrafe zahlen. Äh, was ich immer besonders lächerlich finde, weil die Leute ja eh schon im Geld schwimmen und für die ist eine Geldstrafe, also das tut denen ja irgendwie überhaupt nicht weh. Also die, naja. Okay, äh, genau so geht's hier halt eben bei uns auch. Äh, bei uns darf sich nicht jeder Hans Wurst freikaufen. Und, äh, es gibt also eine unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, hier das Strafmaß festzulegen. Ich, ähm, werde, ähm, das meiste auf, äh, Kerkastrafe setzen. Und das sieht eigentlich so ganz in Ordnung aus. Ähm, ich denke, Versklavung ist ein bisschen hoch momentan. Ähm, ich glaube, so ist es in Ordnung. Also so, äh, der Richtwert ist in etwa, ähm, 15, äh, 15, 40, 20, 20 ungefähr so um den Dreh rum. Und dann weicht man da immer so ein kleines bisschen ab und, äh, verteilt dann die letzten Prozentpunkte noch da drauf. Ich mache die Todesstrafe immer ein bisschen höher, weil, äh, es gibt ein paar Events, die sind echt ätzend. Die werden wir auf jeden Fall sehen, wenn wir das Spiel hier spielen. Ähm, gut. Was haben wir noch? Die Stadtverwaltung. Äh, hier seht ihr jetzt unsere antike Stadt. Und, äh, Äh, ich finde, das ist eigentlich echt, äh, ein tolles Bild für so ein altes Spiel hier mit dem, mit dem Centurio, der sich da so die Stadt anguckt, ja. Okay, also es gibt Mietshäuser. Äh, die bringen ein bisschen Geld und da hausen die Leute drin. Ja, momentan hausen die bei uns nur in Holzhütten. Ähm, und, äh, das sind jetzt nicht irgendwie Mietshäuser, wie man das heute kennt, sondern man hat sich darunter richtig so eine römische Insula vorzustellen. Insula, daher kommt ja auch unser Wort Insel. Das sind so große, große Wohngebäude, die in der Stadt wirklich wie eine Insel standen. Und da haben immer mehrere Parteien drin gewohnt. Und es ist das natürlich, was die hier mit diesem Mietshaus meinen. Insulae sind, äh, soweit ich weiß, meistens viereckig. Und, ähm, das ist ja auch hier so gemacht. Äh, das sieht man auch hier. Die Formen sind ja recht akkurat. Dann haben wir noch eine Gießerei. Da haben wir schon eine glücklicherweise. Gießerei erzeugt Metallwaren. Das ist eine unserer Ressourcen. Es gibt noch die Weberei. Die erzeugt Stoffe. Das ist auch eine unserer Ressourcen. Es gibt ein Stadion. Äh, das erhöht die Popularität. Und man kann dort Gladiatoren-Spiele abhalten. Es gibt Thermen. Das sind die antiken Badanlagen. Äh, kennen wir ja auch aus Rome Total War. Die sind, äh, wichtig für die öffentliche Hygiene. Und die sind vor allen Dingen auch wichtig dafür, dass die Leute dort happy sind. Dann gibt es noch eine Schule. Ähm, 350 Goldstücke kostet. Die ist das billigste Stadtgebäude nach den Mietshäusern. Und, ähm, die Schule trägt also auch zur öffentlichen Zufriedenheit bei, soweit ich weiß. Wobei ich noch nicht genau weiß, welchen Faktor die Schule jetzt beeinflusst. Ähm, dann gibt es noch ein Theater. Ähm, das Theater ist relativ günstig. Ist ein bisschen billiger als das Stadion. Im Theater kann man allerdings auch nur Theaterspiele abhalten. Und, äh, es gibt noch einen Aquädukt, den man bauen kann. Ähm, der Aquädukt ist ganz wichtig für die öffentliche Hygiene. Äh, in der Stadt. Und damit auch für die Zufriedenheit. Ja, ähm, wir fangen auch an. Und wir bauen auch direkten Gebäude. Wir bauen ein Theater. Das Theater ist nicht so teuer. Und dann gehen wir jetzt hier auf die Strafahndung. Und dann werden wir jetzt, wir können also hier gucken, Gladiatorenkämpfe gibt es, Wagenrennen gibt es. Es gibt auch, äh, Theatervorstellungen. Die machen wir auch jetzt. Das ist das Erste, was wir machen. Und es gibt auch noch Orgien. Kosten 500 Goldstücke, heben kurzfristig die Popularität, bringen aber kein Geld ein. Alle anderen Veranstaltungen bringen ein bisschen Geld ein. Und das hängt davon ab, wie viele Theater oder, ähm, Stadien man jetzt hat. So, jetzt haben wir 2.625 Goldstücke übrig. Ihr seht also, die 4.000 Goldstücke, die gehen am Anfang sehr schnell weg. Muss man gerade ein Schluck trinken, Moment. Ich nehme diese, diese Let's Plays ja immer morgens auf, bevor ich anfange zu arbeiten. Und, ähm, da muss ich morgens, muss ich meinen Kaffee trinken, da habe ich immer einen trockenen Hals. So, ähm, wir gehen jetzt mal weiter zu, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der, Gaius heißt, glaube ich, unser, unser Wirtschaftsberater. Äh, den klicken wir jetzt mal an. Der hat auch 4 Optionen. Bericht, Handel, Bauen und Steuern. Ähm, wir gehen auch mal hier wieder zuerst auf den Bericht. Und dann sehen wir hier die meisten Infos, die wir also auch in dem schlauen Buch auf dem Anfang haben, äh, auf dem, auf unserem großen Tisch haben. Äh, also die Bevölkerung eures Landes beläuft sich derzeit auf 110.192 Einwohner. Es gibt auf euren 30.000 Quadratkilometern eine Bevölkerungsdichte von etwa 3,6 Einwohnern pro Quadratkilometer. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, der unsere, äh, unseren Erfolg am Ende determiniert. Also je nachdem, wie viele, äh, wie hoch die Einwohnerdichte ist, ja. Natürlich, wenn man mehr Einwohnerdichte hat, dann kriegt man nachher mehr Punkte. Man bekommt durch mehr Einwohner natürlich auch mehr Steuern, etc. Bisher wurden keine Tempelanlagen für die Gläubigen errichtet. Ach, stimmt, genau, Tempelanlagen kann man bei Julius in der Stadtverwaltung auch noch bauen. Die zeige ich euch aber erst, wenn das etwas akuter wird. Das ist jetzt, oder vielleicht hier nach jetzt. Dann in den Speichern befinden sich, und jetzt kommen halt ein paar, äh, Angaben zu unseren Ressourcen, also Korn, Metallwaren, Stoffe und Erz. Und wir verfügen über so und so viel Gold. Wie viel wir da momentan haben, das ist nicht so entscheidend, glaube ich. Was, äh, interessanter ist, ist eben hier die Bevölkerungsdichte. So, jetzt gehe ich nochmal ganz schnell in die Stadtverwaltung. So, und hier gibt es einen Tempel. Und wenn man da draufklickt, dann bekommen wir hier ein Pop-up-Menü. Hoppla, wo ist es denn hin? Ne? So, wir können bauen ein Jupiter-Tempel. Äh, klar, Jupiter-Tempel, ne, Tempel des höchsten römischen Gottes, ja. Ähm, der erhöht auf jeden Fall die, ähm, die öffentliche Ordnung bei uns. Also, öffentliche Ordnung ist hier auch so ein Faktor. Allerdings, äh, weiß ich nicht genau, äh, wo man diese öffentliche Ordnung ablesen kann. Es gibt keinen Graphen oder keinen Index dafür. Das ist ein bisschen schade. Dann gibt es eine Balskultstätte. Also, Balskult, äh, war ja auch im römischen Imperium hin und wieder verbreitet. Ähm, ich muss mal gucken. Ich glaube, äh, der stammte eigentlich aus dem vorderen Orient, ja. Ähm, ich weiß auch nicht genau, was dieser Tempel hier bringt. Ich glaube, er erhöht die, äh, Geburtenrate. Äh, wobei man die jetzt auch nicht konkret, ähm, ablesen kann. Das muss man halt jedes Jahr aus diesem Jahresbericht heraus erlesen. Dann gibt es den Mithras-Tempel. Äh, der Mithras-Tempel ist, äh, Also, Mithras ist ja ein, ein Sonnengott, der im römischen Imperium sehr, sehr stark verehrt wurde. Übrigens auch von den römischen Kaisern, also beispielsweise Konstantin der Große, hat Münzen prägen lassen, auf denen er sich selber als Mithras-Gott mit, äh, Sonnenkranz, ähm, darstellen lässt. Äh, der Mithras-Tempel entspricht auch unserer, äh, unserer religiösen Ausrichtung hier in, äh, Mauretanien, ähm, der Mithras-Kult war in Mauretanien sehr verbreitet. Und, äh, ja, ähm, das ist also der Tempel der Wahl für unsere Region. Ich weiß nicht genau, was der Tempel bewirkt. Man bekommt immer, wenn man einen Tempel baut, noch ein bisschen Einwanderung. Aber was der Mithras-Tempel bewirkt, kann ich nicht genau sagen. Äh, dann gibt es noch eine, äh, Christenkirche. Also, man könnte eine christliche Kirche bauen. Das Problem ist hier bei uns in der Region, in, äh, Nordafrika gab es ja beim Konzil von Ikea, ich glaube, das war in, das war so um 440 rum, irgendwie in den 440er Jahren, äh, wurden die arianischen Christen aus der Kirche ausgeschlossen. Und, äh, es kommt dann in Nordafrika, bei uns wird es zu einem Glaubenskrieg kommen, der unser Land in ein Chaos und den, äh, den absoluten Kollaps stürzen wird. Deswegen ist der, ist die Christenkirche hier bei uns nicht geeignet. Äh, das ist ahistorisch meiner Meinung nach, äh, natürlich gab es dieses Konzil von Ikea und natürlich wurden die arianischen Christen als, ähm, ja, ich glaube, sie wurden sogar als Heretiker bezeichnet. Ähm, allerdings, ähm, gab es damals auch, äh, relativ, äh, viele Christen in, äh, Nordafrika, also, beziehungsweise, es breitete sich dort so langsam auch ein Christenkult aus. Ähm, ich, äh, will das jetzt nicht weiter bewerten. Äh, jedenfalls können wir diese Christenkirche bauen, die ist sehr teuer, bringt aber auch die meiste Einwanderung in ein Land. So, dann kann man noch ein Stonehenge bauen. Ähm, warum auch immer wir das jetzt ausgerechnet in Nordafrika bauen können. Ähm, angeblich, ähm, senkt dieses Stonehenge die Gefahr von Naturkatastrophen oder von Orkanen, Vulkanausbrüchen und so einem Zeug. Also, es bringt wohl ein bisschen mehr Glück. Allerdings kann ich diese ganzen Faktoren nicht wirklich genau überprüfen, weil diese Tempel sind unglaublich teuer. Und wenn wir hier nicht cheaten wollen, dann können wir die auch alle gar nicht bauen. Also konzentrieren wir uns später mal auf den Mithras-Tempel und vielleicht werden wir irgendwann mal genug Kohle haben, um den zu bauen. Vielleicht werden wir ein bisschen sparen. So, also wir haben immer noch 2625 Goldstücke übrig und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der sehr wichtig ist. Wir kommen zum Handel in diesem Spiel. Und, äh, dann seht ihr hier also die Füllung unserer Speicher. Die sind unbegrenzt. Äh, die gehen also bis hier oben hin und dann gehen die auch immer noch weiter, aber das wird dann grafisch nicht mehr dargestellt. Und wir sehen hier die aktuellen Verkaufspreise. Ähm, vier Goldstücke für Metallwaren ist der beste Preis, den man auf dem Landhandel für Metallwaren erzielen kann. Und, äh, ich verkaufe aber nie die Speicher komplett. Man könnte also hier klicken und dann das Feld und dann hier auf Verkaufen und dann könnte man den ganzen Speicher komplett auf einmal leer kaufen. Das mache ich aber nie. Ich mag das immer, wenn man noch so ein bisschen Reserven hat. Wir verkaufen aber fast alles. Ungefähr so. Und, äh, dann dann haben wir drei Goldstücke für Stoffe. Das ist ein moderater Preis. Auch hier verkaufen wir ein bisschen was. So, und, äh, wir haben vier Goldstücke für Korn. Das ist ein sehr schlechter Preis. Der maximale Preis ist acht, also sind wir momentan ungefähr bei der Hälfte. Das verkaufen wir auf gar keinen Fall. Außerdem kann es immer mal sein, dass wir eine schlechte Ernte kriegen und dann ist es gut, wenn wir noch ein bisschen Getreide gehortet haben. Äh, Edelmetalle bringen drei Goldstücke. Das ist der zweitbeste Preis. Vier Goldstücke ist, glaube ich, der höchste Preis, den man für Edelmetalle kriegt. Das ist also hier. Ähm, und, äh, wir haben aber noch keine Stollen, in denen wir die, äh, erwirtschaften können. Deswegen haben wir hier auch noch keine. Okay, ich klicke jetzt mal hier auf, äh, unseren, auf unseren Thronsaal. Dann sind wir damit erst mal fertig. Wir haben ein bisschen was verkauft. Wir haben jetzt 2706 Goldstücke. Das heißt, wir haben ungefähr, ungefähr 80 Goldstücke Gewinn gemacht. So, jetzt kommt, äh, ein weiterer wichtiger Punkt. Bauen. Hier sehen wir, äh, quasi so das, äh, Umfeld unserer, ja, unseres, äh, Regierungsbezirkes. Hier ist eine Stadt. Wir können neue Handelsstädte bauen. Die kosten nur 3000 Goldstücke. Die sind lachhaft billig. Man muss auch immer bedenken, man muss die Dinger ja auch mit Gebäuden ausstatten. Sonst werden die Leute da drin ganz schnell knatschig. Und, äh, dann gibt's soziale Unruhen. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Wir haben noch weitere Sachen, die wir bauen können. Wir können bauen. Ein Feld für 1000 Goldstücke ist unglaublich teuer. Ähm, äh, wobei hier mit dem Feld natürlich sind, äh, das sind natürlich große Grundbesitze, also Latifundien, äh, heißt das, äh, heißt das bei den Römern, äh, gemeint, auf denen dann auch, äh, viele Leute arbeiten. Also da arbeiten jetzt nicht nur zwei Leute, wie hier die beiden alten Weiber hier, sondern, äh, da arbeiten dann wirklich, äh, 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 Dutzende von Leuten. Wir können hier hinten Stollen bauen. Wir können Brunnen bauen, die sind sehr teuer, mit 1600 Goldstücken und die bringen uns erstmal auch noch gar nichts. Und wir können eine Mühle bauen für 550 Goldstücke. Die ist wichtig zur Getreideverarbeitung, die unsere Latifundien erzeugen. Muss man einen Schluck trinken. Okay, so, und jetzt zu dem Punkt, der mich an diesem Spiel wirklich stört. Ähm, es passiert von Zeit zu Zeit, dass diese Dinger kaputt gehen, ja. Das ist natürlich realistisch, ja. Irgendwann muss mal eine Mühle renoviert werden oder irgendwann muss mal so eine Ackerfläche neu gedüngt oder neu angelegt oder brach liegen gelassen werden. Aber hier ist es wirklich so, die Dinger sind dann komplett weg. 1000 Goldstücke für die Katz. Und das ist besonders ätzend bei Mühlen. Äh, man kann in Mauretanien so um die 60 Mühlen, meine ich, bauen. Äh, oder sogar, ja, ich meine, so um die 60 Mühlen können wir hier in der Provinz bauen und wenn wir die komplett ausgebaut haben, dann gehen jede Runde, gehen zwei oder drei Mühlen kaputt. Also das ist ziemlich ärgerlich. Dann noch eine weitere Sache. Ähm, wir haben hier ein, äh, eine mathematische Formel, äh, die unseren, äh, erwirtschafteten Gewinnen zugrunde liegt, der abnehmenden Erträge, und zwar proportional. Das heißt, ich kann jetzt ein Feld bauen, das bringt noch einen Standardertrag. Jedes Feld, das ich danach baue, bringt weniger Ertrag als das Feld vorher. Das heißt, es ist nicht unbedingt sinnvoll, so eine Provinz komplett mit Feldern und Mühlen auszubauen, weil die Dinger immer weniger und weniger erwirtschaften, ja. Und irgendwann lohnt es sich gar nicht mehr so arg. Äh, das ist auch, ähm, das ist auch noch von mir aus halbwegs realistisch. Ich meine, das gilt, äh, das gilt wirklich für die Landwirtschaft. Je größer eine landwirtschaftliche Fläche ist, desto niedriger ist ihr Ertrag im Verhältnis zu einer, zu einer kleineren Fläche. Äh, das stimmt wirklich. Das ist ein, äh, das ist ein, äh, das in der Landwirtschaft, äh, das schon, äh, in der Römerzeit gegolten haben dürfte. Allerdings, das Einzige, was mich hier echt anpisst, ist, dass diese Gebäude immer wieder kaputt gehen. Und das ist natürlich auch bei den Brunnen besonders ätzend. Die kosten nämlich 1600 Goldstücke. Das sind, äh, die sind ja wahnsinnig teuer. Ähm, die sind so teuer wie 10 Mietshäuser in der Stadt, ja. Okay. Gut, was bauen wir am Anfang? Wir bauen einen Stollen, damit wir so ein paar, ähm, ähm, Edelmetalle bekommen. Und, ähm, ihr seht auch noch hier, wenn wir den Burschen anklicken, der gibt uns eine Prognose, wie die Ernte fürs nächste Jahr ausfallen dürfte. Wir haben ja nichts, ähm, daran geändert. Also dürfte die Ernte nächstes Jahr eigentlich, äh, gleich bleiben. Ähm, wir bauen aber auf jeden Fall ein Feld. Und wir bauen noch eine Mühle. So, ähm, jetzt sehen wir schon hier, unser Ertrag hat sich fast verdoppelt, ja. Gucken wir mal, wie viel Geld haben wir noch übrig? Wir haben 656 Goldstücke übrig. Und damit machen wir jetzt noch was anderes Wichtiges. Ich seh gerade hier, äh, der Typ, der zieht so unglaublich schnell die Fratzen. Ich hab die Framerate, äh, zu hoch eingestellt. Das muss ich noch nachher ändern. Äh, okay, gut. Ähm, das mach ich nachher in einem zweiten Teil. Ähm, ja, wir haben noch 656 Goldstücke übrig. Was machen wir damit? Ähm, damit bauen wir, bevor ich hier jetzt die Steuern erkläre, damit bauen wir ein Schiff. Es gibt nämlich bei allen Ländern, die, ähm, im Kontakt zum Mittelmeer stehen, gibt es die Möglichkeit, Seehandel zu betreiben. Und, äh, das machen wir hier. Und jetzt haben wir auch schon, das ist auch so ein Problem, man kauft automatisch ein Schiff, wenn die Framerate so eingestellt ist. Naja, okay. Wir haben jetzt ein Schiff gekauft. Und mit diesem Schiff können wir 500 Ladungen, ähm, egal, was halt gerade so angefragt wird, auf jeden Fall verschiffen. Ein Schiff kostet 600 Goldstücke. Und, ähm, die Schiffe sind der, äh, die Handelsmethode der Wahl. Denn Schiffe erzeugen Doppeltgeld. Schiffe werden nicht nur für den Handel genutzt, sondern auch für den Verkehr, befördern Passagiere und werfen dadurch auch Kohle ab. Auch hier gibt es halt wieder den Haken. Äh, es passiert andauernd, ab einer gewissen Anzahl, und je mehr Schiffe man hat, desto höher wird diese Wahrscheinlichkeit, ähm, dass man mit einem Schiff auf den Riff aufläuft oder dass es von Piraten, ähm, äh, gekapert wird. Und das ist, also das, das ist so unglaublich ätzend. Es gibt außerdem noch weitere Ereignisse. Ähm, Stürme und Orkane. Der Sturm beschädigt alle Schiffe und kostet, dann muss man, ich glaube, pro Schiff muss man dann irgendwie 50 oder 100 Goldstücke bezahlen oder so. Heißt, natürlich, je größer die Flotte ist, kann es wirklich auch sein, dass so ein Sturm dann einen in den wirtschaftlichen Ruinen treibt, ja. Dann gibt es noch den Orkan, und der Orkan vernichtet alle Schiffe, die man hat, ja. Und das ist, also, ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Ähm, es ist vollkommen unrealistisch, und es ist total für den Arsch. Wenn man von einem Orkan heimgesucht wird, kann man das Spiel eigentlich nochmal neu anfangen. Man wird nie wieder so eine große Flotte aufbauen können. Wie gesagt, ein Schiff kostet 600 Goldstücke. Für einen guten Handel braucht man, ich sag mal, so 10 bis 15 Schiffe. Da steckt also eine Menge Kohle drin, und wenn dieser Orkan kommt, dann hat man eigentlich, äh, verschissen. Da kann man halt nur hoffen, dass man irgendwie, äh, dass man irgendwie keinen Orkan erwischt. So, äh, das war's jetzt erstmal mit diesem Teil. Wir fahren gleich ab mit, äh, Teil 3, und dann seht ihr mal, äh, wie so eine, äh, wie so eine Runde bei Elysium aussieht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Sag, macht's gut, bis zum nächsten Teil, und ich freue mich, wenn ihr zuschaut. Bis dann, Tschüss!